einen wunderschönen guten tag meine lieben und willkommen zu einer neuen folge von minecraft sky leute heute werden wir alles für die erste maschine beziehungsweise für den ersten schritt zu dieser maschine bauen und leute diesmal habe ich mir auch einen plan gemacht in der ersten und zweiten folge habe es einfach darauf hingelabert und alles diesmal habe ich mir einen plan gemacht ich habe auch nicht so viel gemacht offline ich habe hier ein bisschen erde weiter gebaut und habe hier schon die paar sachen vorbereitet die wir heute brauchen wir uns da werden wir ein neues sieben machen und dann werden wir ein neues netz oder wie das heißt aus flint und halt das da machen so dafür brauchen wir das kleiner spoiler hier leider schon so da okay so dann einmal das hier brauchen wir und dann brauchen wir dieses komischen echt hatte das doch schon mal egal und dann kommen in dieses komische netz wie hieß das denn nochmal aus lieben mesh mesh da das flint voll das eine spinne wartet mal stopp wie kommen die immer hier rüber ich glaub das nicht jetzt verpiss ich doch mal ich habe die Mauer doch schon höher und so gebaut ey egal alles gut kein stress so soll das da bauen nee nicht aus eisen sondern aus flint so das werden wir nämlich heute brauchen stellen wir mal hier hin wir werden das auch noch alles schöner machen aber alles nach und nach so jetzt müssen wir neues neuen cobblestone machen das ist ja kein problem wir haben ja genug steine so einmal da hier da haben wir wieder ein stack kabblestone dann bauen wir uns erstmal jetzt ein backofen den werden wir nämlich auch brauchen bei so dann brauchen wir dann brauchen wir jetzt kompress gravel 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 haben wir noch ein bisschen zu noten machen wir nachher welches das ballern wir einmal auch hier rein wird vermutlich zu wenig sein ich brauche mir ein holz kompress hämmer machen wir aus den ganzen hammer aber ich glaube dafür brauchen wir noch mehr ne schön groß sucht da ach so das ist ja englisch stimmt stimmt vergesse es immer das da drei dafür brauchst halt mehrere und die mache ich ganz einfach sticks und holz leute in anfang ist es halt immer schwierig viele gute sachen zu machen aber in zukunft wir bauen uns fette maschinen heute glaubt mir das wird einfach legen ja wie lange denn jetzt zwei vier fünf und mit vorn neun paar machen wir machen mal zwei mehr weil die werden wahrscheinlich bald noch brauchen so wenn wir die da rein tun ich hoffe dass es den kaputten hier halb kaputten auch noch nehmen kann scheinlich haben wir da unseren fetten hammer so daraus machen wir jetzt sand ja wir hoffe ich ich hoffe wenn wir das jetzt so dann hauen wir das hier kaputt wenn eigentlich wichtig ist müsste ich da jetzt ja guck mal funktioniert doch so und unsere erste maschine die ich bauen wollte war ein kurs will kursi hier den da beziehungsweise den nehmen müssen dann halt im backofen passen packen und erst dafür da da können wir kabel stone reintun und das kabel wird dann zu lava gemacht und die werden wir in zukunft brauchen dafür brauchen wir bauen wir das kriegen wir indem wir ähm das sieben das machen wir auch nach gleich noch und wir brauchen dafür clay und clay kriegen wir indem Pascal kann wieder keine anleitungen lesen egal dann kümmern wir uns jetzt erstmal um das bone meal dann mache ich das ok wir bauen uns einfach hoch hab ich noch so zack guck mal geht genau zwei stück ja genau ich hoffe dass wir es daraus bone meal bekommen ist unwahrscheinlich nix wie sollen wir nix daraus bekommen ach man 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 nam nam d r das reiz 7 dem un ques hat das jetzt w Musik Hier durchsieben, da durch, ah ne wir müssen noch Compress daraus machen Toll, einen, ach ne Und Boah, zwei Bohnenmehl, drei Bohnenmehl haben wir Nein, jetzt hab ich das da reingeworfen, ich absolute Opfer Toll, jetzt hab ich wieder Flint Wie zieht, so jetzt haben wir dieses Bohnenmehl So Kann ich das hier irgendwie noch schrotten? Das ist, ich, nämlich Ah, warte, kannst du das jetzt hier durchbauen? Kann ich das hier irgendwie noch kaputt hauen oder so So Für Iron und Gold Und Lead Das werdet ihr aber offline machen und weiter Da ich würde sagen, das war's mit der Folge Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da Vergesst mich nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine Videos mehr verpasst Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir dann unsere Maschine endlich Unseren Crucible Und dann unseren Kabelstone Generator Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder Und tschö